Guck mal, Peter Maffay singt auf dem Hessentag. Hessentag? Was ist das denn? Das weißt du nicht, aber vielleicht wisst ihr das ja auch nicht. Deswegen werden wir uns für euch informieren. Hey, das Maffay-Konzert sollten wir uns nicht entgehen lassen. Ich würde sagen, erstmal fahren wir zu Manfred Merz. Der ist der stellvertretende Hessentagsbeauftragte und kann uns sicher was dazu erzählen. Ich frage mich, welche Aktionen die Stadt zu bieten hat und was es mit der versprochenen Klimafreundlichkeit des Hessentags auf sich hat. Den Hessentag gibt es seit 53 Jahren. Den hat die Landesregierung in der Nahkriegszeit einmal gegründet, das Leben gerufen, um das Zusammenwachsen der Bevölkerung voranzubringen. Das ist eine große Feier. Da kommen mehr als eine Million Gäste in die Hessentagsstadt. Wir hoffen, dass wir deutlich mehr als eine Million Gäste nach Kassel locken können. Und dort gibt es dann Veranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kulturveranstaltungen. Es gibt sowas wie ein Volksfest, nämlich in Form einer Hessentagsstraße, einen Jahrmarkt, also das, was dazu gehört. Und insgesamt eine Menge von über 1000 Veranstaltungen. Der Hessentag ist CO2-neutral, klimaneutral. Das wird im engeren Sinne alles klimaneutral ausgelegt, weil wir eine Partnerschaft haben mit den städtischen Werken Kassel. Und die städtischen Werke haben sich bereit erklärt, dafür entsprechende Klimazertifikate zu erwerben. Das heißt, das sind Maßnahmen, die in zwei Ländern dieser Welt und hier im Habichtswald umgesetzt werden und klimatisch positiv sich auswirken. Klimaschutzprojekte sparen CO2-Emissionen an anderer Stelle wieder ein, die hier ausgeschlossen worden sind. Man kann sich das so vorstellen, stellen wir uns Indien vor, in Indien wächst der Energiebedarf. Und um den zu decken, würde ein Kohlekraftwerk gebaut werden. Kohlekraftwerke sind sehr CO2-intensiv, allerdings die günstigste Technologie, die momentan dort zur Verfügung steht. Ein Windpark würde auch den Energiebedarf decken, ist allerdings deutlich teurer. Diese Mehrkosten, das ist dann der sogenannte zusätzliche Finanzierungsbedarf. Und der wird dadurch gedeckt, dass Firmen hier Klimaschutzzertifikate kaufen. Das heißt, Firmen finanzieren diesen Windpark, dass der realisiert werden kann. Und dadurch wird ein Kohlekraftwerk nicht gebaut. Wenn man von Klimaschutz spricht, dann sollte man die Ziele so festlegen, dass zuoberst das Vermeiden steht, danach Vermindern kommt und danach erst die Klimaneutralstellung, das Neutralisieren oder Ausgleichen. Alles, was hier an mehr Energie und verbraucht wird und an CO2 produziert wird, wird ausgeglichen durch diese Maßnahmen, die von städtischen Werken finanziert werden. Ich habe immer ein Zitat meines Chefs des Oberbürgermeisters im Ohr, der sagt, am klimaschädlichsten wäre es, wenn alle Leute aus Graföl nach München, Dortmund, Rostock, Hamburg oder auch nach Leipzig fahren müssten und dann ein zigfaches der Klimaemissionen verursachen würden, die die Reise nach Graföl verursacht. Also ist es allemal besser, hier vor Ort Angebote zu schaffen, statt die Leute zu zwingen, in ferne Städte zu reisen und dort die Toten Hosen, die erste oder hellene Fische anzugucken. Das Hessentagspaar ist so ein Stück Symbol für die Veranstaltung. Es sind zwei Kulturschaffende, die als Paar sich schon gemeldet haben. Die sind ein Paar und für uns stehen die ein Stück für unseren großstädtischen, modernen Hessentag. Lass uns das Hessentagspaar treffen, die wohnen in der Nordstadt. Auf geht's zur Straßenbahn! Wie kommen eigentlich all die Besucher des Hessentags nach Kassel? Erinnerst du dich noch daran, was Theresa Maywald vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt aus dem Bereich Verkehrsplanung dazu neulich erzählt hat? Ja, ich sehe die Situation quasi vor meinen Augen. Ja, es gibt für den gesamten Hessentagsbereich, also er streckt sich wirklich über dieses ganze erweiterte Innenstadtgebiet bis runter zu den Messehallen, wird es Anreisemöglichkeiten geben für Besucher mit dem Auto, die wirklich von weiter weg kommen. Es wird ein umfangreiches ÖPNV-Angebot geben, also Bus- und Straßenbahnen und Regiotrams werden, die fahren öfter mit mehr Fahrzeugen. Die Bahnverbindungen, auch vor allem aus Südhessen, werden ausgeweist. Und was uns auch ganz wichtig war, war ein gutes Radverkehrskonzept anzubieten, weil wir davon ausgehen, dass viele Leute gerade aus der Region keine Lust haben, mit dem Auto oder mit dem Bus, mit einem vielleicht überfüllten Bus, dann hier hinzufahren, wo sie innerhalb von zehn Kilometern einen schönen Ausdruck mit dem Fahrrad machen könnten. Jetzt aber fix zum Hessentagspark. Die wollen wir ja nicht warten lassen. Hallo, Tim Ecker, schönen guten Tag. Hallo, Alexandra. Hallo, Frau Ralf. Dankeschön. Ich gehe mal vor. So, wir sind bei dem wohl berühmtesten Paar dieses Jahres hier in Kassel, dem Hessentagspaar für den Hessentag 2013, Alexandra Berger und Tobias Krechel. Wir waren, als wir uns beworben haben, einfach sehr neugierig, was das alles sein würde. Wir kannten, wussten auch noch nicht so viel über den Hessentag. Und was ist eure Aufgabe beim Hessentag? Es ist ein rein repräsentatives Amt, wie man so schön sagt. Also, jetzt im Vorfeld schon bei unterschiedlichen Veranstaltungen. Also, wir werben im Grunde für den Hessentag. Was sind das für Veranstaltungen? Das ist, das geht zu Querbeet. Also, das sind Neujahrsempfänge, das sind sportliche Ereignisse wie bei der MT Melsung. Wir waren beim Karneval und bei der 1100-Jahr-Feier. Wie gesagt, viele Neujahrsempfänge und vor allen Dingen ging es los in Wetzlar. Also, wenn der eine Hessentag zu Ende geht, dann kommt das neue Paar und übernimmt die Hessentagsfahne. Jetzt soll ja der Hessentag in diesem Jahr klimaneutral gestaltet werden. Man macht sich also Gedanken über die Umwelt. Was ist denn eigentlich damit gemeint? Was damit gemeint ist, ist, die CO2-Emissionen zu vermeiden, wissen wir alle, es geht nicht. Aber zu verringern und zu kompensieren, wo sie nicht vermeidbar ist. Und da bin ich schon durchaus von dem, was dann läuft, überzeugt gerade. Jeder Besucher kann ohne eigenen Pkw hier anreisen und kommt auch wieder weg, da auch die Fahrpläne nach hinten ausgeweitet wurden. Und weiter geht es halt bei nicht vermeidbaren Emissionen, die es einfach immer gibt, dass wir verschiedene Projekte haben. Die KVG hat zwei Projekte, eins in Brasilien, eins in China, die das einfach ausgeglichen tun. Sieh an, jetzt sind wir doch echt beim Mafai-Konzert. Hoffentlich sieht uns hier niemand. Naja, immer noch besser als bei Helene Fischer. Du, Tim, weißt du noch, was der März über die Anreise zu Konzerten und den Vorteil des Hessentags in Kassel für das Klima erzählt hat? Das klang ja so, als ob der Hessentag tatsächlich klimafreundlich ist und alle damit zufrieden sind. Es gibt natürlich auch Gegner vom Hessentag. Wäre es denn nicht vielleicht auch ein Kompromiss zu sagen, den Hessentag auch ein bisschen kleiner zu bestellen, ein bisschen kleiner Umar? Bei der Frage, macht man das eine Nummer kleiner, darüber lässt sich durchaus diskutieren. Das ist letztlich eine Entscheidung der Hessischen Landesregierung. Man kann sich das nur mit einer Nummer kleiner vorstellen, aber insgesamt müssen wir für uns, für die Stadt Kassel, finanzieren, dass wir ja einmal eine Infrastruktur hinstellen. Und dann ist es natürlich effektiv, die wenigstens einige Tage zu nutzen und nicht nur an einem Wochenende, weil dann wird es kensprechend teurer. Ich glaube nicht, dass die alle aus der Region kommen. Da sind bestimmt auch Leute aus dem Süden Hessens oder von noch weiter weg. All die Konzerte und Veranstaltungen verschlingen doch Unmengen an Energie und Ressourcen. Dadurch werden ziemlich viele Treibhausgase ausgestoßen. Also Klimaschutz und CO2-Vermeidung habe ich mir anders vorgestellt. Aber wenn es Spaß macht... Die zahlreichen Konzerte, Veranstaltungen und Besucher des Hessentags verbrochen Unmengen an Energie und führen somit zu einem starken Anstieg der CO2-Emissionen. Insgesamt wird beim Kasseler Hessentag mit einem CO2-Ausstoß von ca. 20.000 Tonnen gerechnet. Um diese hohen Umwelt- und Klimabelastungen einzudämmen, könnte man einfach einen kleineren Hessentag veranstalten. Denn weniger Veranstaltungen und Konzerte benötigen weniger Energie und führen somit auch zu einem kleineren CO2-Ausstoß. Lieber einen kleineren und dafür qualitativ hochwertigen Hessentag als einen großen mit seinen unzähligen Veranstaltungen und den hohen Umwelt- und Klimabelastungen. Der Umwelt zuliebe! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Greenbergastungen in Untertitelung desertongrfindet